Herzlich Willkommen zu Bubble Island TV. Heute die zweite Aufgabe für Welt 9 Level 4 in den Mountains. Wie ihr seht, ist die Metallkonstruktion oben an zwei grünen Bubbles aufgehängt. Um da ranzukommen, müssen wir zuerst die bunten Bubbles im unteren Teil löschen. Sobald wir diese gelöscht haben, hat sich die Decke etwas abgesenkt und wir haben den richtigen Winkel, um an die zwei oberen Bubbles rankommen zu können. Wichtig ist, auf der rechten Seite zu beginnen, da die Metallkonstruktion nicht ganz mittig ist. Für die linke Seite müssen wir noch abwarten, bis sich die Konstruktion ein bisschen mehr abgesenkt hat. Aber dann haben wir auch hier den richtigen Winkel, um das Level 4 in Welt 9 meistern zu können. Also, bleibt dabei, wir sind nächste Woche zurück mit einer weiteren Ausgabe von Bubble Island TV. Bis dahin ein schönes Wochenende. Bis dahin ein schönes Wochenende.